ARD Text im Auftrag von Funk Ein bisschen schweinig, ja, EM, ja, doch schon natürlich gewonnen. Zu dem Wien hat Sebastian auch noch ein neues Video für euch vorbereitet. Mich ist ihr heute direkt auf Facebook abspielen können, einfach drauf klicken und schon erfahrt ihr die Neuigkeit drum um die SEG, ja, da bin ich drin, und wie diese im Spiel aufgebaut wird. Wer nicht weiß, was eine SEG ist, schnellerer Endesgruppe Rettungsdienst, stimmt nicht wirklich, kann sich zusätzlich hier informieren, da, aber das öffne ich jetzt mal nicht. Ja, wir sind hier jetzt, sieht man auch, hat sich einiges geändert, Wachen sind jetzt hier alle unten. Können wir auch einmal kurz zumachen, ist einfacher. Habe ich denn nie Sound dran? Nö. Ja, ähm, Verband, Events gibt es jetzt auch. Machen wir also so, erstmal eine Schäleverletzung. Könnt ihr auch direkt sehen, hier hat sich auch einiges getan. Na, erstmal hier, so, zack. Das ist alles etwas unstrukturierter, aber, soll mir egal sein, ne, wir haben hier mal den RTB1, also von der Rettungssache 1, und das NEF1, Alarm. Boah, ja, aber der Ton ist immer noch gleich geblieben. Ein bisschen laut, Krankentransport, von Frankfurt, hm. Habe ich ja hier zum Glück meine AAO. Na, schon besser. Hm. Was haben wir jetzt hier, Wohnwagenbrand, in Flinsburger, ach, in Husum. Stimmt, da habe ich jetzt ja auch, da habe ich auch noch Wache. Hm, 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 hm. Alarm hier. So, dann warten wir mal. Huch. Wenn man was trinken, sollte man auch schon das Mikro ein bisschen zur Seite nehmen. So, dann kann ich euch mal zeigen, welchen Verband ich aktuell bin. Ich bin hier im Verband Funkspiel, Herne, Bochum. Jetzt wisst ihr es auch, wenn ihr mal mit rein wollt, einfach hier reingehen. Und, jo. Haben wir welche Regeln? Jo. Hm, hm. Sehr interessant. Steht hier drinnen. Hm, hm. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Machen wir es mal so. Hitzeschlag. Wo haben wir ihn? In Magdeburg, jo. Wo haben wir es mal? Äh, den RD1. Hm, hm. Hm, hm. Haben wir ja viel Lehrgänge? Nö. Ja, Mitarbeiter seht ihr hier. Oh, es ist ja sogar ein paar online. Schreiben wir mal direkt was rein. Mal gucken, was so zurückkommt. Denkt mal gar nichts. Denkt mal gar nichts. Kaufen musst du nicht in den Ordner finden da drinnen. Ja, wie ihr seht, muss ich hier noch ein RTW neu kaufen in Bremen. Frankfurt, EW2, GTLF, oh, da ist noch ein weiter Weg, genau wie hier die Rettungswache. Hm, 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 hm. Ulm bin ich auch noch nicht fertig, oh man. Ich habe hier noch so viele Wachen, die ich gar nicht fertig habe. Die Rettungssienz, die BF Wolfsburg. Ich glaube die Großen lassen sich jetzt erstmal hier noch ein bisschen zurück. Ich mache hier erstmal mit den Kleinen weiter. Da kann man auch... Ah, hier wird ein LF benötigt. Ok, kriegt er. Und einschaut sein Brand in Frankfurt. Sprechwunsch. Dankeschön. Ich komme von mir hier das EVK an. Gut. Ähm... Der fährt jetzt übrigens hier bei uns in der Bereitschaft. Ist schon komplett umlockiert und so. Machen wir mal hier einen Ollenweiler. Feuerweiler. Halt, hier war sie. Halt, hier war sie. Gibt es hier was Neues. Einen TSFW, HLF... Halt, kennt ihr ja schon. TLF, TLF, TLF... Ach, Schlauchwagen. Was ist das für einen 1000? Das liegt glaube ich nur zwei, ne? Ne, zurück. Aber machen wir nur zwei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017